Das ist cool, dass wir auf den Dächern unterwegs sind. Oh, ähm, wir werden hier übrigens weggefegt vom Wind. Muss ich mal kurz sagen. Ah, ich kann das gar nicht aufhalten, was hier gerade passiert. Mein Hammer! Ja. Okay, den Hammer konnte ich retten. Aber trotzdem, ich kann das gar nicht aufhalten. Wir werden nämlich weggeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wow! Es ist ja ziemlich automatisiert. Was ist denn das? Okay. Puhu. Ui. Na dann. Oh Gott. Okay, hat geklappt. Ich bin da angekommen, wo ich hin wollte. Immer. Wir nehmen einen Igel mit. Dann rollen wir wenigstens noch. Dann rollen wir eine Runde. Okay. Ah! Ja. Ja. Man sollte aber auch springen. Uh. Ich finde das mit dem Rohr wieder so cool gemacht. Also, die Idee, dass es dann auch platt ist, finde ich einfach cool. Muss ich sagen. Das gefällt mir. Das ist so schön. Ich weiß auch nicht. Das hat einfach was als Idee. Okay. Ah. Ich wollte gerade sagen, wie kann man denn die Dinger zerstören? Ach. Wo kommt ihr denn her? Das war jetzt aber fies. So. So, bitte mal weg. Mhm. Bötchen fahren. Es gibt mal wieder Bötchen fahren. Oh, ist das schön. Lange ist es her, dass wir das Boot hatten. Ich habe noch gedrückt auf Beschleunigen, aber hat er leider nicht angenommen. War schon fast wieder am normalen. Ähm. Am normalen Fahren, sozusagen. So. Hm. Ich würde gerne... Ja, lass uns mal hier gehen. Ich höre doch was zum Retten. Ah. Perfekt. Jetzt müssen wir bloß da unten irgendwie rein. Die Frage ist nur, wie? Wieder aufs Boot. Turbo. Okay. Da wollte ich noch nicht richtig hin, aber... Ich nehme den Kollegen mal mit. Der Hut übrigens sieht geil aus. Ähm. Okay, so. Auch das hat funktioniert. Also, drei Mahlzeiten. Ein Waddle-D. Und... Nein, 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 nein. Was war denn das gerade? Für eine absolute Fehl-Timing-Geschichte. Uh, was ist da? Ich höre was. Ich höre was. Oh. Ha. Ich komme gleich wieder. Moment. Ich gehe mal... Nein, nein, nein. Ich muss hier die Power ablegen. Genau. So. Ja, den Foyfoy brauchen wir. Genau. Ich musste bloß gucken, wie wir das machen. Ich habe ihn gerade oben gesehen. Deswegen... Das hat gepasst. So. Dann können wir hier das Gebiet auch... Ähm... ...mit dem Stern ein wenig verlassen. Wir gehen weiter. Ja, also wir sind noch nicht am Level-Ende. Ach Gott. Okay, wir werden wieder... ...getrieben von... ...allem Möglichen. Wartet, wartet, wartet. Ich höre was. Ich höre ein... ...äh, äh, 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 äh. Also so ein Walli-Ton. Ich weiß bloß nicht wo. Also mit viel Kraft kommt man da. Weiter. Ich muss mal gucken. Also hier vorne ist es nicht gewesen. Ich höre es. Ich höre es definitiv. Nein. Ah, da unten. Ich wollte gerade sagen. Wo ist er denn? Da ist er doch. Da. Mir war noch so, als ob ich es gehört hätte. Ganz leise im Hintergrund. So. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Ähm. Wofür brauchen wir denn das Ding? Ah, es ist auf Schienen. Ich kann nirgendwo anders hin. Okay. So. Schlaupause. Dürrenfeuerblau-Pause. Ich glaube, ich habe zu wenig Kohle. Aber. Das nehme ich einfach mal so hin. So. Hier ist auch noch was. Aha. Ich hoffe, ich habe noch keine... ...Teile übersehen. Erlösen ja interessanterweise keine... ...Ähm... ...Punkte aus. Guckt mal. Hier geht es runter. Springen in den geheimen Raum in den Untergrund. Uiuiui. Geheimer Raum. Wo bin ich hier nu? Also, das ist der geheimen Raum. Aber... Was gibt es hier Schönes? Einen großen Stern. Der mir den Weg ein bisschen versperrt. Und eine... Kanone. Wartet mal. Wo ist denn der... ...die Lunte? Wo beginnt denn die? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das wird... Das wird witzig. Wartet mal. Wir müssen runter. Wir müssen rüber. Und dann müssen wir das Ding auch noch anzünden. Uiuiuiui. Okay. 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 Das war knapp. Fand... Das... Das fand ich gerade richtig knapp. Wie seht ihr das? Ich fand das gerade richtig. Richtig knapp. Oho. Aber wir haben alle Validies. In dem Level haben wir alle. Sehr gut. Eieiei. Ähm. Was? Ich glaube, ich muss fliegen. Mal gucken. Ja. Wir müssen fliegen. Okay. Auf die Idee muss er ja auch erstmal kommen. So. Die Blume nehmen wir mit. Das Üiuiui. Auch noch. Huhu. So. Erneut zurück. Hab mich eben um die Waschmaschine gekümmert. Oh. Das ist etwas, was man immer mal wieder machen muss. Oh ja. Hauptsache sie wäscht noch. Beziehungsweise ist fertig. Je nachdem. Aber Hauptsache es hat funktioniert und ist nicht kaputt gegangen oder sowas. Okay. Eine Sache haben wir nicht gefunden. Finde eine windgeschützte Höhle. Okay. Ansonsten alles gekriegt. Geistgardo. Und. Gossi oder Gusi oder Usi oder wie auch immer. Irgendwie sowas. Okay. Schlacht auf der Blizzardbrücke. Uiuiui. Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt. Jetzt kämpfen wir um die Firma Blizzard. Nein. Besser nicht. Besser nicht. So. Aber vorher wieder zwei Herausforderungen. Okay. Es ist ein. Es ist immer gleich gemacht. Ne. Ein Level zwei Herausforderungen. Okay. Edler Entdeckerschatz. Oh ja. Also es ist schon ein schönes Spiel. Schönes Spiel. Meisterschütze. Kriege ich hin. Meisterschütze geht. Wie man sieht. So. Das nehme ich dem Ding übel. So. So. Witzig. Die Dinger bewegen sich nur, wenn man sie nicht ansieht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Noch eine Runde. Ja, natürlich. Ich lese gleich. Die schießen sogar zurück. Ja. 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 So ein bisschen zumindest. Nicht wirklich effektiv, weil die Kanonen nicht zielen. Aber ja. Sie schießen zurück. Finde ich auch frech. Also richtig, richtig frech. Okay. Aber hat geklappt. Wir sind ganz leicht durchgekommen. Relativ gesehen. Wir kriegen wieder mal einen seltenen Stein. Und können die nächste Prüfung. Okay. Ab in den Tornado. Oh je, oh je, oh je. Jetzt wird es wieder dreh mich. Ja, das war leicht. Stimmt. So, mit ein bisschen Glück ist das hier auch leicht, wenn ich die Kurven kriege. Wie man nicht immer bekommt, wie man sieht. Egal. Aber ich bin reingekommen. Oh. Weil der sich so blöd indirekt steuert bei Beweg. Also. Ah ja. Nein. Was ist denn das gerade? Die Dinger gehen. Ich muss warten, bis die auftauchen. Dann. Jetzt. Nein. Okay. Oh Gott, ey. Okay. Okay, okay. Also. Ich bin durchgekommen. Die Steuerung ist ein bisschen indirekt. Ne. Also. Ein bisschen schwammig an der Stelle. Aber es geht. Es funktioniert ja irgendwie. Und wir wollen ja auch nicht wirklich die Westseite. Hat gut geklappt. Ja. Du musstest es nicht steuern. Hättest du es steuern müssen, hättest du auch gesagt. Uiuiui. Ist das aber ein bisschen indirekt. Okay. Gut. Wir gehen auf die Blizzard Brücke. Da war was mit suchen. Wartet. Wo war das? Hier. Mhm. Noch ein paar Sternchen. Okay. Hier wird sich nochmal eine Herausforderung freischalten. Die Blizzard Brücke. Die kennt man doch auch, diese Brücke. Weil es wird eine Schlacht. Uiuiui. Was sieht die geil aus. Die sieht geil aus, diese Brücke. Oh. Haben sie cool gemacht. Oh. Ja, danke. Okay. Wow. Wow. Okay, das ist blöd gelaufen gerade. Warte. Warte. Warte mal stehen. Na dann eben so. Ich glaub's ja nicht. So. Das Schwert brauchen wir nicht. Wir bleiben bei der Schusswaffe. Oh, guck mal, wie er grinst. Das haben wir gerade gelesen. Ist kein Grinsen. Ach ja. Ist das schön. Okay. Äh. Okay. Wir brauchen ihn. Weil wir können sonst hier nicht kämpfen. Krieg ich dich wieder. Danke. So. Anscheinend brauchen wir das Ding. Okay. Und ich höre jemanden, der befreit werden will. Die Frage ist bloß wo. Ach, da ist er ja. Hi, du kleiner Waddeldi. Na, du Süßer. So, gut. Kurze Abzweigung in die Katakomben der Brücke. Ach, du schon wieder. Mit ein bisschen Glück. Oh, ah. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Wollte grad sagen, mit ein bisschen Glück klappt's. Aber. Na, bitte. Überraschenderweise machen wir jetzt so ein bisschen Wiederholung. Der Bosse hatten wir ja schon in dem, ähm, in dem, in der, im Kolosseum sozusagen. Aber jetzt hier genauso. Überraschenderweise. Ähm. Schade. Komm her. So, den nächsten. Und leider haben wir jetzt unsere Fähigkeit verloren. Das find ich sehr schade. Ja, die wird nicht mehr hier vorne sein, oder? Ne. Okay, jetzt müssen wir uns doch drehen. Hm. Na gut. Was Neues. Aber wenn ich wieder Schießen erlernen kann, dann werde ich das machen. Mhm. Hm? Was Neues. Oh. Na gut. Um. Okay. Na komm. Ich bin hier gerade. Ich sehe mich nicht. Deswegen. Alles gut. Aua. Ja, ja, ja. Dreh dich mal. Dreh dich mal, dreh dich mal, dreh dich mal, dreh dich mal, dreh dich mal. Weiter so. Gut. Gut. So, wir haben ihn. Der gibt mir jetzt Schwertchen oder sowas, ne? Ein Hammer. Ja, ich glaube, den Hammer nehmen wir. Hammer ist besser. Nehmen wir mal den Hammer. Okay, hier gibt es leider nirgendwo. Was ist denn das? Oh, doch. Guck mal, der Hammer. Ah. Wollte gerade sagen, hier geht es nirgendwo rein. Doch. Man muss nur wissen, wo. Geheime Tür. Geheim versteckt. Ist ja wieder mal typisch. Zack. Da ist er, der Kollege. Jetzt müssen wir nur an ihn rankommen. Okay. Und jetzt noch mit dem Auto fahren. Und jetzt noch mit dem Auto fahren. Und jetzt noch mit dem Auto fahren. Okay. Komm weiter. Halt. So. Okay. Aber habe ich hier nicht gerade wieder einen Waddel-Di-Gehör. Wie komme ich denn an den? Es geht doch nur mit einmal sterben, oder? Okay, wir haben ihn, aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Ja, fliegen ging nicht. Also runterfliegen, ja, aber hochfliegen ging nicht. Wieso sagt ich doch, wie kommen wir denn an den? Und doppeln, natürlich. Als ob nicht einer schon genug ist. Nö.